YouTube, holt eure Degen raus, denn es wird Zeit für On Guard. Ein Spiel, das ich damals 2018 als kostenlose Demo auf Itch.io gespielt habe und ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieses Spiel seinen Weg in die Vollversion auf Steam findet. Heute ist es soweit, ich hatte damals sehr viel Spaß mit der Demo und dementsprechend werden wir das Spiel gemeinsam durchspielen in einem XXL Mega Video. Wenn ihr diese XXL Mega Videos unterstützen wollt, definitiv nehmt euch die Sekunde, lasst eine Bewertung da und wenn ihr unserer aller Gottheit den großen YouTube Algorithmus verwöhnen wollt, dann schreibt doch bitte noch einen kleinen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir starten jetzt mit On Guard. Ich muss sagen, ich finde das jetzt schon alles sehr, sehr cool. Die Optik, die Art, wie sie alles betonen, die Akzente und so, da steckt schon viel Liebe drin in dem Spiel. Und er schmiert hier meine Bände voll in meiner Stadt, wo ich für Gerechtigkeit sorge. Und er ist nicht so, dass du siehst, Vollador, aber vielleicht hast du mich gehört. Denn ich bin der Vigilante, der größte Wier der Justiz. Be it true what they say, that thou hast to vote to protect this city from the wicked Count Duke and his minions? Then prove to me that you are equal to the task. Complete my trials, and if you succeed, not only shall I return thy sword, I shall allow you to join me as my devoted sidekick. Together we will fight the Count Duke and justice shall prevail against infamy. My, my, such a lot of big talk for someone I've never heard of, El Vigilante. But I will gladly face these trials of yours, for I will emerge victorious. Victorious, you say? Der ist ganz schön schnell unterwegs. Ja, großartige Sprecher haben sie engagiert. Die Betonung und alles, Wahnsinn. Hätte ich damals, ehrlich gesagt, nicht mitgerechnet, dass es so ein Spiel wird, das dann doch irgendwie so viel Substanz beinhaltet. Der Bruder ist aber ganz schön verliebt in diesen mysteriösen Rächer, ne? Vielleicht eine und dieselbe Person? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, Movement is smooth. Die Gegner in eurer Nähe werden automatisch anvisiert. Benutze El, um das Ziel zu wechseln und greife an X. Durch Sprinten LT könnt ihr das Anvisieren beenden. Oh, das geht aber echt fluffig von der Hand. Oh, look, another practice dummy. Hey, hold your thumb. Or, taste my sword. Ha, you better watch out. I've just been training. Whoa, 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 whoa. I won't let you stop me. Den haben wir ja regelrecht zerlegt. Okay, mit LT und Sprinten komme ich wieder weg. Benutze Y, bevor euch einen Angriff trifft, um den Gegner zu parieren. Dadurch könnt ihr mit einer Riposte kontern. Alles klar. Cool. Die ultimative Degen-Erfahrung. Er hat eine Wette verloren. Ah, geil, dass es noch so kleine Spiele gibt. So, wo ist er denn, unser strahlender Held? Der alte Vigi. Ah, wenn es nicht der Stadtgarten ist. Oder soll ich sagen, der Kanzel Duke's private Armee von Ghouls. What's all this Rackus? The Count Duke has forbidden duelling within the city walls. That just means it takes twice as much courage. On guard. Der Soldat hat zwei Trefferpunkte. Wahrscheinlich diese roten Symbole. Benutze Angriff und Paraden, um seine Deckungsanzeige zu reduzieren und einen Trefferpunkt zu entfernen. Hütet euch vor seinen Gegenangriffen. Ihr müsst jeden seiner aufeinanderfolgenden Angriffen parieren, bevor ihr kontern könnt. Alright, one more round. Aber hier. Uh. Think you can handle it? Ha! Jetzt schon ein Meister mit dem Degen. Hello there. Angriff ist eben immer noch die beste Verteidigung. Doppelsprung gibt's nicht, ne? Sie kann zwar relativ hoch springen, aber sie kann leider keinen Doppelsprung. Ah, hier drüben. Schwups. Keiner mag den Duke. Und wer hat er eben gerade getuschelt in der Ferne? Na, wer will Stress mit der Lady und dem Degen? Ah, komm. Uh, er macht einen Doppelangriff. Aber jetzt können wir durchbrechen und... Ah, wir bekommen sogar ein bisschen Leben zurück. Ob wir die töten oder ob die nur aufgeben. Ich mein, es ist ja kein blutiges Spiel. Ich glaub, die geben nur auf. Die schlafen nur, liebe Kinder. Keine Sorge, denen geht's allen gut. Irgendwo ist hier ein Hühnchen in der Nähe. Das Treten ist nice. Und soweit ich weiß, konnte man auch alle Umgebungsobjekte verwenden. So, ausweichen. Der war cool. Oh, da muss man jetzt auch schon anfangen zu kombinieren. Ich muss meine Umgebung nutzen, um die Gegner zu betäuben. Putz. Yes. Das macht richtig Spaß, ey. Das ist ultra geil. Ich weiß gar nicht, was der Entwickler noch so für Spiele gemacht hat. Ich glaub, das ist sein erstes, oder? Ihr könnt's gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wisst. Oh, ich hab ein Hühnchen gestreichelt. Wie süß ist das denn? Hühnchen streicheln. Geil, Mann. Geil, Mann. Das macht jetzt schon richtig Fun. Das ist toll am Zweitkanal. Man kann so diese ganzen Indie-Games durchspielen, weil das ist halt wieder absolut Nische. Wer wird das am Ende feiern? An alle Händler und Gewerbetreibende. Heute ist ein gesetzlicher Feiertag. Um die Geburt unseres geliebten neuen Bürgermeisters zu feiern. Alle Geschäfte und Märkte müssen an diesem Tag geschlossen bleiben. Bitte beachte diese Ankündigung, da Verstöße erbarmungslos bestraft werden. Wir danken für die Kooperation und wünschen allen einen angenehmen Feiertag. Gezeichnet, das Amt des Konduks. Zwei dummer ein Gedanke. Ich sag ja, die schlafen nur. Was ist das denn hier? Kann ich das wegtreten? Oder müssen wir vielleicht irgendwie oben rum? Ja. Ah. Und schwupps. Die Umgebung nutzen. Hatten wir doch schon. Kennen wir doch schon hier. Zack. Umgebung genutzt. Dann geht's auf die Phrase. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, das wird, glaube ich, später ganz schön tricky. Das wird später ganz schön tricky. Sehe ich jetzt schon. Aber du musst ja alle Tasten irgendwie so im Kopf behalten. Bam. Bäh. Oh, jetzt wird's schwierig. Einer weniger, nice. Der hat richtig Angst, der eine. Oh, dem haben ich Glück gegeben. Das ist immer noch alles eine Prüfung. Ihr Lakaien redet einfach viel zu viel. Gelange zu den Docks. Meine Herren, damit ihr Bestechungsgeld vollständig bezahlt wird, warten an den Docks auf einer schneidigen jungen Frau mit einem Federhut, die euch ins Wasser werfen wird. Bitte stellt keine weiteren Fragen. Gezeichnet El Vigilante. Easy Money, ha? Okay, diese kleinen Dialoge sind schon nice. Wir ergeben uns nie. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Da sehe ich doch einen potenziellen Weg. Ja, es sind halt wirklich diese kleinen Indie-Perlen, wie ich finde. den man dann auf dem Zweitkanal auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken kann. Manche Gegner widerstehen euren Tritten, aber ihr könnt treten, während sie überrascht oder betäubt sind. Aha. Boom. Boom. Natürlich. Natürlich. Jeder kommt heute ins Wasser rein. Boah, nice. Diese ganzen Details und so. Das ist super, Freunde. Das ist richtig super. Plupp. Erstmal baden gehen, Kumpel. So liebe ich das. Oh, hier bouncet man. Und den erledige ich so. Keine Panik, klar kann ich schwimmen. Judo-Kick. Okay, zwei müssen ins Wasser, zwei müssen gewaffen schlendert werden. Nice. Au. Nicht cool, Alter. Yes. Komm mal her, hier. Au. Au. Frech. Nice. Wollt ihr Stress? Okay, mit der Umgebung ist schon echt spaßig. Huah. Wie er reingefallen ist. Oh. Hühnchen. Wau, 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 wau. Ich will dir doch nichts tun. Ich bin, ich bin nett. Ich bin, ich bin voll friendly. Guck. Ja, fein. Feines Hühnchen. Man nannte sie die Hühnerschmuserin. Also wie gesagt, die Steuerung geht richtig cremig von der Flosse. Nice. Nice. Das ist nice. Das ist nice. Uh. Uh. Oh Gott. Hup. Hutz. No, 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 no. Oh, jetzt drehen die wieder komplett durch. Hup. Hup. Komm. Yes. Ich brauche was zum Werfen. Das ist mies, wenn dann so einer von hinten kommt, ne. Oh, den hätten wir. Ja, vielleicht. Ja, doch, den kriegen wir auch. Nice. Da geht's leider direkt weiter. Das wusste ich nicht, dass es hier ein Ladebildschirm gibt. Ich bin zwar im Urlaub, aber meine Villa ist mehr als gut bewacht. Ich bin zufällig ein enger Freund des Konduk. Unbefugte Bettler und ungezogene Belger seien vorgewarnt. Gezeichnet Don Salus. Der Duke. Und der Don. Cool, es gibt ne Abkürzung. Ermüdung und Schwäche. Also, das kennt er schon. Oh, wie wir ihn runtergetreten haben. Esparra. Da kriegen die direkt Angst. Ich find's geil, dass die auch wirklich so emotional drauf reagieren. Wenn man halt die miesen Bogen, äh, Gegenskills hat. Bogen nicht, Gegenskills. Zack. Mit dem Tisch. Moment, Moment. Ei, ei, ei. Treten, um Gegner zu schwächen. So, jetzt sind die geschwächt. Kriminal. Yo, 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 yo. Impressiv. So, hier. Aufgeben, mein Freund. Aufgeben. So läuft's. Einfach aufgeben, Junge. Entkomme aus der Villa. Das Don. Salute. Das Don Salsas. An unsere geschätzten Arbeitgeber. Falls während unserer Wache ein Notfall eintritt, findet ihr uns in der Taverne, wo wir Karten spielen und... Cervezas trinken. Wir werden bald wieder auf unserem Wachposten sein. Eure treuesten Wachen. Fulano und... Mengano. 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 Dalle. Ha. Cervezas, eh? Ich bezahle euch nicht zum Bier-Saufen. Kampfarena. In einem Gruppenkampf müsst ihr schlauer sein als eure Gegner. Bleibt in Bewegung, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Experimentiert mit eurer Umgebung. Ui, 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 ich will eigentlich das da. Cool, das ist ja witzig. Ja, nice. Der eine ist erstmal abgelenkt mit dem Zubaeimer. Das ist geil, dass er gar nichts sieht. Okay, das ist richtig witzig. Nicht lachen, das demotiviert ihn. Da wären noch irgendwelche Krüge gewesen, die ich auch noch hätte nutzen können. Liebes Tagebuch, heute hatte ich das Vergnügen, mich im Ruhm des Konduke zu sonnen. Eine wahre Meister in Sachen Steuern und ein Freund aller Adligen, die von Bedeutung sind. Das ist doch schön. Die Adligen müssen keine Steuern zahlen und die dummen Bauern, die werden richtig geerntet. Boah, hab ich sowas schon mal erlebt. Ach ja, richtig, bei meinem Finanzamt. Ja, ich bin jetzt schon eine Legende. Boah, Alter, das ist... Das ist wild, ne? Oh Gott. Touché. El Vigilante. Der furchtlose Fechter, der ultimative Draufgänger. Heute wird er sich mit der furchterregenden Adalia de Volador messen. Wir sind endlich... Wird sie endlich ihren Meister finden? Das ultimative Degen-Drama. Jappa. Ay caramba. Diesmal hat er es wirklich übertrieben. Ja, es ist ihr Bruder. Definitiv ihr Bruder. Elananzeige. Elananzeige, füllt eure Elananzeige auf, indem ihr Gegner besiegt und beeindruckende Aktionen ausführt. Nutzt dann euren Elan, um Spezialfähigkeiten umzusetzen. All right. Oh, ich wollte hier mal meinen... Moment, 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 wie geht das? Sorry. Du bist da so ein Profi. Hat sich nicht so angefühlt, Bruder. Hat sich nicht so angefühlt, als wärst du jetzt hier der große Oberprofi. Hab mich irgendwie professioneller gefühlt. Du bist derjenige, der will, um zu geteilt? Nicht mich. Du sagst das noch mal. Boah, 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 ich bin beschäftigt. Das sind unsere Weaponracks. Du hast uns. Halt deinen Fokus. Oh. Da sind sie geschockt. Boah. Danke, das wird noch sehr intens, der ganze Kram hier. Oh, komm, sieh. Oh, komm, sieh. Gute Nacht. Die Macht des Waffenständers. Alter, der ging meilenweit daneben, der Moop. Den anderen habe ich wahrscheinlich auch hier mit dem Waffenstände erschlagen. Grausam. Aber man kann es überleben. Schwer verletzt. Na, dem geht's gut. Der windet sich da schon irgendwie raus. Ich dachte, du bist raus aus dem anderen Seite. Und ich habe ein paar Decorations für dich und alles. Aber wirklich, es ist okay. Und jetzt ist es Zeit für den finalen Drei. Prepare zu endlich face El Vigilante, der Poet von Valor und seine Verses von Steal. Steal yourself versus mein Valor, Poet, und face your Trials, Finale. Remember, your brother gave you strict instructions come to harm me. Hey, I could tell you two are very close. Not as close as your defeats is... Senora. I come out on top. An unlikely outcome, to say the least. List you say more nonsense. I might leave a scar on your cheek. Land with your... Putz. Tja, gegen mich hast du keine Chance, Vigi. Okay, kann ich ja nicht... Boing. Wow, wow, wow. So, er hat ein Leben verloren. Er holt Freunde. Er holt Freunde. Ganz schön nice. Okay, ich hab keine Energy. Ich hab keine Energy. Dass wir die Kleinen da wegholen. Boah, das ist richtig tricky. Au. Ich kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Alter, ich glaub, das Spiel ist nicht easy. Let's go. Eigentlich Fokus auf ihn hier. So, jetzt hab ich hier direkt einen weggeholt. Spektakularrr. Ei, der macht immer wieder hier diesen. Das Problem ist, ich finde, bei dem hier kannst du echt schlecht kontern. So, ich bin wieder geheilt. Das ist schon mal nice. Das ist fair. Boah. Jetzt drehen alle komplett durch. So, der ist auch erledigt. Das schlägt der andere wieder zu. Das ist was mieser an der Sache. Oh, der hat auch was verloren. Ich bin richtig konzentriert. Der muss weg. Der nervt voll. Jetzt. Oh, jetzt kann ich mich auf den hier konzentrieren. So. Oh, jetzt macht er wieder den. Jetzt hab ich ihn. Oh, der war knackig. Ich bin entschuldig. Ich bin entschuldig. Ihr Bruder? Ich würde so stolz sein, wie du heute wartest bist. Ich würde sagen, mein Bruder sollte sein Vigilante-Friend nicht missen die Recklessness für Heroism. Er kann es von mir nehmen. Ich bin der perfekte Beispiel, wenn es um das Error zu ermitteln. Ja, Demi. Du bist richtig. Ich bin einfach... Ich bin ein Disaster, nicht ich? Du bist, Mannito. Aber du sollst niemals Angst haben. Losing ist wie du gewinnen. Was ist Adalia de Volador in der Präsenz? Well, Funny you should ask, because I'd like to know, too. There I was, just minding my own business, when the Count Duke's lackeys arrested me for no good reason. For the third time this week. This is harassment. When I escape, I will be lodging a formal complaint. Ah, Adalia deeres. How are you finding your new accommodation? I trust you're settling in well. Well, well. The Count Duke paying me a visit. Taking a break, shaking down the townsfolk for taxes, are you? Taxing citizens is perfectly within my right, and so is putting seditious radicals like you behind bars, where you belong. I see. And what did you have me arrested for this time? This time I thought I would arrest you before I set my plans in Martian. I will conduct my offence free from you, pesky maidling. Guards! Keep an eye on Donya Volador. Make sure she stays put. For once. When I so weiter mache, befindet sich ja bald mehr Sachen von mir als in meinem eigenen Zimmer. Die Wachen wissen, dass sie meine Sachen nicht wegwerfen dürfen. Ja, so sieht's aus. Was für ein Geheimgang. I always managed to find a conveniently hidden exit. Oh no! She found a conveniently hidden exit! Again! Again! Alter, die Stimmen. Die Stimmen sind so mega top, ne? You're making this up! Kennen wir bereits. I was going easy on you. Alter! Da drehen aber beide durch, du. You're not allowed to do that! Ich mach, was ich will. Das ist immer so mies, wenn zwei anstreiten. Dass du dann sehr schwierig nur beiden ausweichen kannst. Putz! Und tschüss! Her damit. Dankeschön. Die abscheulichen Verbrechen der Adalia de Velador. Mal sehen. Illegales Fechten. Widerstand gegen die Festnahme. Drei Anzeigen wegen gefährlicher Umgestaltung. Moment mal! Er hat sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, neu hinzuzufügen. Das war dann ein bisschen zu stressig. Oh, der ist noch am Leben. Oh, ich nehme nochmal hier so einen mit. Ist halt geil, wenn du jemandem das Ding überstulbst. Geht! Geht! Upsi! Es war ein Unfall, okay. Verhaftet wegen schlechter Lebensführung. Aufwecken der Wachen. Allgemeiner Beleidigung. Gibt es so etwas wirklich? Gibt es so etwas wirklich? Wow! Da geht es weiter. Knapper Sprung. Irgendwie will ich dauernd einen Doppelsprung machen, aber Doppelsprung gibt es gar nicht. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, hart den Doppelsprung zu machen. Oh, nö. Jetzt ist sie da runtergefallen. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Diesmal geben die gar keine Heilung. Nö. So, hier gibt es... Nothing. Ah, hier geht es weiter. Intelligent, my friend. Kann sie hier durchrollen? Ja. Ja. Of course. Ja, jetzt wirst du erstmal verkloppt. Okay, hier haben wir eine Plattform. Gehen wir auch rein, aber da komme ich so wahrscheinlich nicht hin, ne? Da muss ich irgendwie runter. Oh, warte. Woah. I hope my sword won't rust. Ne, ne. Das rostet ihr nicht weg. Ah, was ist das denn hier? Eine Laterne. So, wait a moment, lady. Bisschen Jump'n'Run. Ist auch ne feine Sache. So, das Ding ist offen. Hier geht's rüber. Ich frage mich, ob ich damit jemanden so richtig wegbrutzeln kann. Das wäre natürlich ultra nice. Wenn das hier ginge. Ah, da muss ich sogar was brenntes draufwerfen. Hey! Wer bist du und was machst du hier? Oh! Oh! Caramba! Du musst dann neu sein. Don't worry. Ich bin hier, um Probleme zu führen. Du besser nicht! Ich habe mehr Krieg, als wenn du haute Diener hast. Ich habe mein Eindruck auf dich. Ne Granadiererin. Werden von... Werden vor euch weglaufen. Eure Angriffe ausweichen. Benutzt eure Umgebung gegen sie, um sie zu verwirren, bevor ihr angreift. Okay, meine Umgebung nutzen und sie verwirren. Wollen wir hier waren doch. Right. Oh, der brennt. Süß. Das ist mies, ha? Ich bin nicht sicher, was sie erwartet haben. Woah! Das ist richtig mies. Hahaha! Ah, süß. Fire in the hall! Oh mein Gott, sie explodiert. Okay, ich glaube, die ist wirklich tot. Nee, sie lebt auch noch, liebe Kinder. Alles gut. Family-friendly-Content kickt mal wieder rein. Tornadoschlag. Benutze L, B und Y, um einen Wirbelwindhieb auszuführen, der alle Gegner in Reichweite niederschlägt. Was ist nächstes, um die Dinge zu bergen? So, ihr der Wund, die all diese Explosionen causen? Sind Sie aus Ihrer Geist? Wir sind auf einer secreten Mission für den Count Duke. Rückwärts zu dir, bevor du getötet hast. Das Barrel ist genug für dich! Das da! Hier geht's! Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwau Ah, ist bei den kleinen weggeholt. Eure Bomben sind fast schon Hilfe! Eieieieiei, Dios mio, Skamron! Ich bin auch ein bisschen surprised. Was war das denn? Irgendwie so ein Abwehrmechanismus. Ladies. Mann, das ist... Das wird wild. Oh Gott, so. Lass mal den da wegholen. Nein! Ey, das ist echt... Also, das Spiel wird schwer. Oh, die da oben sind perfekt... Die sind perfekt gestunt gewesen da oben. So, was ist nächstes Mal an die Dinge, die zu verletzen? So, du bist die Menschen, die all diese Explosionen... bist du von deinem Geist? Wir sind auf eine schreckliche Mission für den Königge. Rückwärts nach dir selbst, bevor du dich verletzt hast. Ich kann das alles alles machen. Sehr gut. Bop-Ams. Lass uns das weitergehen. Kuckuck. Nice. Oh, die sind gut gestanden. Nice. Perfektor. So, erstmal raus hier. Alles klar. Jetzt kann ich mir die alten Weiber da oben holen. Nice. So, das hat sich geöffnet. Ups, hier hat noch was in der Hand. Wow. 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 Nicht gut. So viele Explosionen. Upsi. Upsi. Und gestoßen. Alter, jetzt drehen sie wieder richtig durch. Man, die ganzen Bomben rollen sogar die Treppe runter. Oh, das ist nur Neues. So. Military Training bringt hier gar nichts. Ey, schmeiß das doch nicht. Bleib stehen. Die Alte Nerf. Yes. I wear you. Be careful with that. Burn, baby. Burn. Was ist das denn hier? All diese Bomben-Experten machen gemeinsame Sachen mit dem Count Duke. Sie versuchen ein Feuer zu legen, etwas zu verbrennen. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Ah, die machen hier irgendwelche Spezial-Sachen. Oh, oh. Warum sollten die Schläger das Count Duke-Gemälde in den Raum mit den Bomben bringen? Haben die denn keinen Respekt vor der Kunst? Ach, Kunst interessiert die doch nicht. Das sind fiese Schläger. Bombenfässer, du? Boah, die sind fies. Ah, da oben ist wieder so eine Bomben-Lady. Wir können hier hin. Ui, ui, ui. Wir werden immer wieder weggekommen. Ich habe schon von KT's geklappt, aber ich muss sagen, dass sie benutzen, das ist viel Spaß. Progleichs-Marsch ist auf den Weg. Adelante! Ich bin nicht sicher, dass das der beste Ort ist, um einen Kannon unattenten. Lass es allein. Ich bin ein Attent. Ich brauche irgendetwas, was brennt. Ah. Kabum, mein Freund, kabum. Wir die Gefangenen fordern. Eine Massage für die durch die Zwangsarbeiten verspannten Schultern. Ein Huhn als Haustier und ein Fass Cerveza für jeden von uns. Mehrere Stapel Spielkarten und eine Laute für Gustavo, der schon immer lernen wollte, wie man sie spielt. Es ist ja nicht so, als würden wir irgendwo hingehen. Oh, da reicht, ne? Oh, warte, Moment. Müssen wir da hin? Ein Löffelchen Freiheit. Das ist also der Grund, warum sich die Soldaten über die fehlenden Löffel beschwert haben. Nicht wirklich mein Stil, aber ich weiß, den Einfallsreichtum zu schätzen. So. 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 Okay, ich dachte schon, wir fallen nach unten. Ich dachte schon, jetzt ist es over. Eine Notiz an die Kommandantin der Wachen, in der steht, dass es ihnen gelungen ist, einige wertvolle Gegenstände zu beschaffen. Darunter ein schicker Hut und ein paar Stiefel, die ein komisches Geräusch machen, wenn man mit ihnen läuft. Die Notiz ist mit Fulano und Maginano unterzeichnet. Autsch. Ihr seid die Guards, genau. Mal wieder ein Huhn. Hühner sind hier wohl sehr beliebt. Ach ja, die armen kleinen Schweine. Die haben gar keine Chance gegen uns. Die Kommandantin verfügt über ein Schild. Ihr müsst sie schwächen, bevor er sie angreift. Denkt daran, dass hier Gegenstände treten. Oder wenn sie überrascht sind, um sie... Was? Um sie in Fallen zu stoßen. Du bist ein Gewerker und ein Krook! Du schwachbucklige Schild! Ich will das treten! Okay, das will sie aber nicht treten. Oh Mann. Ach Mann, sie war so nah dran. Jetzt! Ei, 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 ei! Erledigt! Ich hab gedacht, die hat ein bisschen mehr drauf, die Alte. Sehr geehrte Kommandantin, es freut mich zu hören, dass es euch gelungen ist, Adalia de Volador wieder einzufangen. Als Zeichen der Anerkennung für euren Erfolg laden mein Stab und ich euch herzlich zu dem bevorstehenden Bankett in meinem Palast ein. Es wird zweifellos ein denkwürdiges Ereignis. Hochachtungsvoll, der Count Duke. Count Ducula. Oh, oh. Oi. Ihr seid echt nervig, ihr zwei. Ihr seid echt nervig. Ab in die... Mein, mein Schnurrbart. Ey. Was ist... Sie ist gut. Oh, oh. Tschüss. Ich hoffe, er kann schwimmen. Oh, ja, klar, keine Panik. Alles gut. Richtig witzig, irgendwie. Ob ich schwimmen kann, natürlich. Erinnert, du sollst nie in fronten stehen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Es wird mehr als ein Mäßle-Garrison geholfen, um mich geholfen zu lassen. Das ist ja wieder so eine Arena. Da kommt jetzt bestimmt gleich... Das dachte ich mir. Bam! Boi! Träme, I dare you. Oh, oh! I'm having second thoughts. Oh, don't panic. Oh, don't panic. Oh. Bam. Boah, da drehen sie wieder voll am Rad. Nicht gut. Das meine ich. Das ist richtig... Das ist unfair. Oh, der macht wieder den hier. Count unfair. Ich stecke irgendwo drin. So. Klar kommt der Verstärkung. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Was? Die Kommandanten? Okay, kann ich hier vielleicht irgendwie mit einer Kanone weg? Putzen? Wäre aber gut. Okay. Okay. So. Die kann einfach nix, die alte Kommandantin. Ich bin einfach zu gut. Viel zu gut. Wenn ich jetzt raus aus dem Knast? Noch nicht ganz. Aha. Er sieht weniger böse aus, als in echt. Ein wahres künstlerisches Meisterwerk. Vorsicht. 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 Sie kann nicht schwimmen. Wir wollen ja nicht, dass sie hier nass wird. Du allein? Ja. Ja. Das ist ein langes, was ich verstehe. Oh. 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 I will beat you. Oh. 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 Xia. Den kleinen Racker hier. Wollen sie plötzlich wissen. Okay, was bringt mir die Akrobatik hier? Wo muss ich denn hin? Bin ich von hier nicht gekommen? Okay, wir brauchen irgendwas zum Sprengen. In den Tunneln gibt es Bomben. Sind das die Tunnel? Ne, von hier bin ich gekommen. Von hier bin ich gekommen, hier bin ich runter, hier stand die Wache und hat gesagt, pscht, sie kommt. Ich muss mich noch die Bombe finden. Wo ist die Bombe? Ich habe eine Taube gehört. Oder ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Ach, hier. Ah, das war es schon. Wups. Oh, you're about to have a very bad day. Try me. You're only adding fuel to the fire. Das ist nice, ne? Oh, 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 oh. Caesar! Find this. Oh, den haben wir. Your laws are absurd. Can you not? Und erledigt. Guck mal, ist da eine Bombe hier mit? Oh. Das ist doch ein Sprengen. Ne, die müssen ins Feuer, sonst sind sie hier... ...wertlos. Wenn man sie nicht anzündet, sind sie wertlos. Ich bin nicht beeindruckt. Bitte, entschuldige mich. Ich mag das. Mittlerweile... ...kommen hier die Kombos. Ui, 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 ui. Kleine Pause für den Kollegen hier drüben. Habe du das? Er ist gebrochen, der Boy. Da, Oma. Klar kommt da noch mehr. Alter, sogar die... ...Kommandantin ist anwesend. Oh, den muss ich aber erst wieder eine Falle locken. Ist das eine Falle? Boah, das hat funktioniert. Das ist ja echt geil. Oh Mann, da kam der Kessel. Wie er da noch balanciert. Eioi, die Bomben-Omi ist da oben. Das sie immun sind gegen Bomben, ja? Eigentlich müsste sie ja komplett zerfetzen. Oh Mann, ich werde dich nicht verletzen. Ui. Ich muss irgendwas werfen auf die Alte. Habe ich... Hier. Toll. Toller Wurf. Boah, da war noch eine Bombe, die mich noch mal weggefetzt hat. Den wollen wir also aufhalten. Das ist wahrscheinlich der Final Boss. Habe ich mir jetzt richtig beeindruckt, ne? Impressive. Say hi to my blade. Say hi to my little friend. An alle Bürgerinnen und Bürger, wir möchten darauf hinweisen, dass die Stadtverwaltung anlässlich der geplanten öffentlichen Vernichtung aufrührerischer Dokumente durch unseren geliebten Count Duke eine Ausgangssperre verhängt hat. Dies geschieht, um jegliche Einmischung in dieser sehr offiziellen, überhaupt nicht persönlichen und wichtigen Angelegenheit zu verhindern. Und zu euren eigenen Sicherheit. Verstöße gegen die Anordnung werden erbarmungslos bestraft. Wir danken für die Kooperation und wünschen allen eine schöne Zeit beim Anblick des Feuers. Gezeichnet, das Amt des Nukes. Na guck mal, der Wind zeigt ja so ein bisschen den Weg. Das ist auch ganz cool gemacht. Ich wurde hier für dich, Volador. Ja, das war nicht genug. Au. Ich seh nichts. So, jetzt habe ich sie. Die ist echt jetzt, die Alte. Oh, wow, 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 wow. Ei, ei, ei. Du lenkst nur ab. So, erledigt. Hat niemand der Gefolgschaft des Count Dukes herausgefunden, dass es Alejandro ist? Oder haben sie zu viel Angst, um es ihnen zu sagen? Oh. Moment. Wo geht's denn da lang? Alejandro. Warte, das hat doch irgendeinen Sinn, dass es die Dinger gibt, oder nicht? So. Kann man da drauf? Ne, man fällt durch. Anscheinend geht's auch hier unten weiter. Verköstigung und Freibier für jeden Bürger, der ihn als Gouverneur der Stadt anerkennt. Hm. Im Kleingedruckten steht, Angebot gilt nur für Handlanger und Lakaien. Sind wir nicht alle irgendwie ein Handlanger von irgendjemandem? Oh. Oh. Komm, Duke! Stop this nonsense now! Wait, I'm sorry, but are those caricatures? What is she doing here? I gave specific orders for that reckless reprobate to stir in her jail. For once. Doña Volador, you will leave before I have you arrested. Again. Increible. You are risking blowing up this whole city just to get rid of a few silly paintings. And you call me reckless? The production of seditious art cannot go unpunished. I will not have the dignity of my office insulted by this greatest mockery. Besides, they look nothing like me. You see no resemblance at all? No. In that case, let's improve the likeness by rearranging your face. Ah, I always love a good quarrel. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. I'll have your sword broken and melted and melted in my chain. Okay. Viele kleine. Ui, 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 ui. Habe ich ihm erst mal gut auf die Nase gegeben? Wow. Oh, die kleinen Nerven Hardcore. Wow. Wow. Ich muss die kleinen da loswerden. Brutal. Okay, da geht sie direkt rund, oder was? Oh, der ist nervig. Der ist nervig, der Kollege. Die kleinen müssen halt weg. Die kleinen machen so einen ekelhaften Terror. Warte, jetzt. Der brennt schon wieder. So, ich steig hier hoch. Ja, jetzt kommt wieder der kleine und geht mir auf die Nerven. Das meine ich. Think you can handle it? This isn't my first fight. So geht's. This ends now. Oh, das hätte ich noch brauchen können. Das hat er hier einen richtigen Amel geholt. Oh, oh. Ui, ui, ui. Der war gut. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Do not test. Cheater. Reprobate. This won't go unfinished. Just you wait. The Count Duke was hellbent on destroying these portraits. But I'm nothing if not a passionate defender of the art. So I made sure everyone in town could see the masterpieces. The Count Duke has really outdone himself this time. He's gone and taken possession of the keys to the city. Thanks to an absurd law, he'll be able to declare himself absolute ruler of our city. Plus, he can lock the city gates whenever he wants. Which is annoying. As you can imagine, the Count Duke and his henchmen have been celebrating all day. And you know who loves parties? Me, Adalia de Volador. If the Count Duke asserts his claim to become absolute ruler of the city, a lot of people are going to suffer. I'll just sneak in, steal the keys, sneak out. Asi, no fuss. Of course, all his loyal flankers will be there. But by now they will all be too drunk to notice me. Genug geplant, wird Zeit für eine kleine Fechterei. Der Count Duke zieht für diesen Anlass eine ziemliche Show ab. So viele Potenzial für Missetaten. Okay. Der Count ist ziemlich angry. I haven't been welcome here for a long time. Not since the armor chicken incident. Oh, Hühnchen. Bop, bop, bop. So, wo müssen wir dann lang? Wahrscheinlich hier. Die Rampe weiß den Weg. Alte Rampensau, du. Hühngart. Wir machen jetzt hier voll die Ninja-Moves und Stealthen-Moves durch die City. It's a trap. Elite-Soldat. Der Elite-Soldat hat eine spezielle Deckungsanzeige. Ihr müsst auf jeden seiner Angriffe richtig reagieren, indem ihr pariert oder ausweicht. Wenn ihr versagt oder aufhört anzugreifen, füllt er seine Deckungsanzeige sofort wieder auf. Du denkst, du bist besser als uns? Oh, das ist nicht schlecht. Ah, du musst immer richtig liegen. Hey! So, jetzt. Der spezielle Elite-Soldat. Sie dünsten den Wein zwar aus jeder Pore aus, aber ich glaube nicht, dass sie betrunken sind. Jemanden muss sie K.O. geschlagen haben. Also, ist jemand hier dabei, die City auszurauben? Meine City? Das finde ich gar nicht gut. Zayda? Ist das du? Nice zu sehen, Frau Prinzessin. Don't tell me you were invited here. What? Me? Oh, Cielos, no! I'm here for the keys. I'm going to give them back to the people where they belong. Ah, so here to steal from these spoiled nobles. That's what I like to hear. And you? Are you... I mean, what are you doing at this party? Well, I'm not here for that gamba, Zelayo. I've already scouted the place out. I could show you where those keys are. Really? I mean, that would be really helpful. I just need you to help me deal with a few stragglers. Oh, sure, no problem. It's a deal. I love this, don't you? Us banding together to save the city like this? You and your puppy-dog eyes. Alright, there's a trophy room up ahead. I'll meet you there. Sieht eher aus wie eine Piratin, ne? Wasen. Alright. Oh, meins. Nein, ich bin doch nur hier. Genau. Oh, je, 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 deus, meus. Also, das Kampfsystem ist echt richtig geil. Das Spiel ist einfach nur super. Ich hoffe, sie ist fertig. Ich find's richtig gut. Ich find's richtig gut. Für so ein Indie-Game Stark. Oh, now that's a bit ostentatious. And that lock is impossible to pick. Trust me, I've tried. But do you see those three tethers? Each one of them is connected to a lever inside of those lodges. Caramba, Sida. You worked that out just by looking at it. You're so much better with technology than I am. No, I just worked it out on my previous reconnaissance of the palace. Oh, yes, of course. I knew that. So, how shall we do this? We split up to go pull these levers? Sure. The first lever is upstairs. Take that door over there. I'll go the other way and take care of the second one. If you have any trouble, just call out and I'll come help you. All right? Adelita, you worry too much. It'll be fine. I'll go the other way and take care of it. What is that here? What will you do here, Jake? Ah. So etwas würde praktisch dafür gebaut, damit man einbricht. Mal sehen, ob wir diesen Käfig von seiner kostbaren Last befreien können. Hier steht so viel Zeug rum und ich kann nichts davon mitnehmen. Überraschender Tritt. Okay, was geht hier ab? Putz! Putz! Pams! Guck, guck! Oh, da drehen wir alle durch. Ein bisschen zu viele Jungs hier. Ich kann schon mal einen abknöpfen. You just have to try harder. I was hiding my money there. If you surrender, I'll let you go. Wow. Putz. Two battles. Two victory! King! Oh, hier geht's richtig rund. Boank. Boank! Boink! Boink! Das war ein geiler Wurf. Das wäre cool. Okay. Keine Ahnung, so was geht's. Okay, hier hinten ist ein Waffenständer. Genial, genial. Genial, ich liebe diese Spiele. Ich brauche nochmal so eins. Das ist einfach so gut. Super. Superspiel. Wirklich, durch und durch. Ich finde es genial. Macht richtig Spaß. Ich würde ja daraus trinken, aber man weiß ja nie, wer da reingetreten wurde. Ja, das weiß man nie. Hier in dieser Gegend wird man sehr oft irgendwo reingeprügelt. Gestiefelte Kater und andere Märchen. Wie geschmackvoll dieser Kater sich auch kleiden mag. In einem Kampf würde ich ihm seine kleinen Schnurrhaare stutzen. Ja, aber der ist dafür süß. Und die Waffe des Süßseins ist sehr mächtig. Eine Gruppe von Elite-Soldaten. Ich muss hier. Look at this. Ver-Klicker-Doodles. Wieder Ver-Klicker-Doodles. Geh mir! Autsch. Jetzt wird's übel. Was? Ich hab doch... Ich hab gedodged und die haben mich trotzdem fertig gemacht. Krass. Die sind echt Elite, die Soldaten. Ich hab elegant gedodged und trotzdem haben die mich weggerotzt. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Oh! Ich muss erstmal den hier wegholen. Oh, 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 oh! Du kannst nicht sein Klassiker. Careful, sie versucht uns zu holen. Du hast keine Racken. Ich wollte dich versuchen. Komm schon. Ja. Nice. Irgendwie sind die da oben festgebackt. Okay, also, die Lever ist nicht auf der Grundfläche. Zeit, zu sehen, was da ist. Okay, wir wollen nach oben. Okie schmokie dokie. We will never let you pass for the door. Sure. Can we skip the park where I beat you up? Like a boss? Like a double boss? Okay, der ist erledigt. Ist das das Schlafzimmer? Schläft halt richtig elegant, der Mann. Davon können Kerle wie ich nur träumen. Warte mal, hier bin ich hochgekommen, aber hier komme ich ja niemals rüber. Ah, da war was. Okay, ich habe es gar nicht gesehen aus dem Kamerawinkel. Einfach mal in den Tod gesprungen, weil, warum nicht? Das war gerade Just in diesem Moment meine Taktik. Kann ich da rein? Yes. Informations! Diese Papiere scheinen mir zu wichtig zu sein, als dass ich sie nicht durcheinander bringen sollte. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Ärger ich verursachen kann. So, bitteschön. Nochmal treten! Alles im Chaos versunken. So will ich es sehen. Geil, Mann. Geil, Mann. It's my duty. Richtig geil. Nein. Ich habe dir gesagt, sie kann kämpfen. Du verdienst das. Du riechst. Was ist das schon wieder mit euch? Oder ist hier noch jemand? Das hier ist zu. Hm. Ah, warte. Er hat nichts gebracht. Mark meine Worte, Chica. Chica. Okay, ich war eben gerade sehr verwirrt. Ich dachte, wir wären da oben reingekommen durch dieses Fenster hier. Was wir auch sind, aber irgendwie ist das der einzige Weg. Wir waren anscheinend nicht hier drin, sondern wir sind irgendwie von oben runtergefallen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und ich kann das nicht tun. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viel Probleme habe. Vielleicht ein bisschen mehr als ich kann. Liebste Mutter. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit und bester Laune. Ich nehme an, das Nonnenkloster behandelt euch gut. Ich werde mich an euch in einer Zeit großer Not. Meine Handlanger fürchte ich erweisen sich mehr als Hindernis, denn als Hilfe. Und ich weiß nicht, wie ich die Situation in den Griff bekommen soll. Ich erinnere mich, dass ihr in der Vergangenheit eure eigenen Erfahrungen hinsichtlich der Weltherrschaft gemacht habt. Und ich hoffe, dass ihr etwas von eurer Weisheit weitergeben könnt. Euer Lieblingssohn, der Duke. Herr Guter, alte Duke. Verehrter Verabscheuungswürdige. Ihre Voladors habt wieder einmal eure Nase in Angelegenheit gesteckt, die euch nichts angehen. Eure Einmischungen werden langsam ziemlich lästig. Doch dank meines nächsten Plans werdet ihr bald unterlegen, ausmanövriert und nicht mehr rechtzeitig zur Stelle sein. Ich freue mich schon darauf, euch um Gnadewinseln zu sehen. Mit eisigen Grüßen. Der gute alte Duke. Wie immer eben. The good old Duke. Kronleuchter. Aha. Hat nicht so gut funktioniert. Ah Mist. Noch einer. Oh, noch einer. Aha. Warum? Ach, jetzt macht der wieder den hier. So, jetzt. Dankeschön. War zwar nicht meine beste Leistung, aber hey. Der Duke? Ist das der Count Duke? Ist das der Count Duke? Und er ist... Zeit, um nach vorne zu gehen. Vorsicht. Alright. Oh. 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 Okay, die Laute ist King. Alter, die Laute ist wirklich King. Wow, Instrumente sind ganz schön böse. Man muss sie lieben. Ah, ey. Der Kleine. Lass mal die Kleinen wegholen. Alright. Solange die zusammenstehen, wird es schwierig. Hat nicht funktioniert. Nicht so, wie ich das wollte. Und drauf. Na, wir können doch drüber reden. War da Bams. Ihr habt ein Script. Oh, das ist wieder einer von denen. Schönes Ding. Ah, Mist. Nein, ich will, ich will, ich will den hier machen. Uiuiuiuiuiui. Wie hat der mich wieder getroffen? Ja, Sack. Das Ding im Weg. Sie hat mich. Oh, 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 oh. Nein, für die Rechnung werde ich nicht aufkommen. Verlass das Gebiet. Das ist einer von drei, ne? Ich sehe, du hast deine Lever, auch. Ich hoffe, es war nicht zu viel Probleme. Nein, nur an alle, dank an deine Diversion. Hmm, ich sage dir was, Adelita, wie wir das tun? Wirklich? Ich meine, ja, sicher, absolut. Also, was hast du in mind? Wir holen uns einen anderen Lever zu finden. Der erste Lever wird ein extra... Surprise. Vale, ich liebe Surprise! Ich traue irgendwie nicht. Jetzt sowas... Weiß nicht, sowas... Als würde sie uns hintergehen. Sieht so aus, als würde Saida versuchen, mich umzuhauen. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Sorry, ich muss den mal ganz kurz cutten. Jemand war an der Tür. Das ist nicht mein Nickname. Das ist mein Nickname. Putz! Was ist das hier? Geil, Mann. Das ist ja witzig. Okay, das ist noch so ein Ding. Achtung. Nicht in mein Palace! Ha! Cool. Wie war das hier? Schön im Pfeffer Oder im Chile oder was auch immer das ist Ja, es ist bitte so ein Spiel, das werden die meisten nicht mögen Hashtag ich mag's Mal sehen wir, hier noch zuguckt Hashtag ich mag's Ich bin gespannt Lieber Fulano, ich fürchte, unser Plan Uns als Adelige verkleidet In den Palast zu schleichen, ist gescheitert Die französischen Adeligen, für die wir uns ausgegeben haben Wollten, nebenan der Feier teil Gezeichnet Mengano Gezeichnet Mengano Hashtag ich mag's Ich bin gespannt Wie oft ich das lese Ich verteile sogar Herzen Ich verteile sogar Herzen Für Leute, die Hashtag Ich mag's Schreiben, denn ich lese alles Auch wenn die Leute immer denken, der liest das nicht Der Mann, der liest alles Ich lese von den neuen Videos Schon ne Menge Krieg ich ihn? Ja So, warum ist das hier offen? Ne, da muss es weiter gehen, aber wo? Ah, hier drüben Schwupp und schwupp Ich würde sagen, ich lese ungefähr 90, 95% der neuen Kommentare Ah Mist Er macht den Move My Secret Move Verlasse das Gebiet Kaliente Baby Scharfe Gewürze sind auch ne Waffe An den Count Duke Es ist zu seiner Ehre, die Klinge mit dem berühmten Mit der berühmten Adalia de Veladoa kreuzen zu dürfen Bevor wir uns jedoch auf den Weg machen Müssen einige zusätzliche Anforderungen erfüllt werden Erstens Unsere Uniformen sollen aus feinster Seide gefertigt werden Zweitens Wir wollen einen Großzügigen Vorrat an Grandchu Von Äh, was? Grand Schuh Von eurem Landgut Und schließlich benötigen wir eine kleine Bibliothek Mit seltenen Büchern, die wir in den Pausen lesen können Eure Großzügigkeit Wird berührend belohnt werden Die Duellisten Werden wir jetzt hintergangen? Das muss eigentlich in so einem Spiel immer drin sein Der Akt Wo man hintergangen wird Der Akt des Verrats Ich habe es geschafft Ich nehme die Gehe Ich nehme die Gehe während ich warten Warum sind die Gehe weg? Surprise! Ah! Haha, ja! Du hast die Gehe vor mir Gut gemacht Warte Du sagst mir nicht Du hast mich Doppelgrößt Du sagst Du sagst wir zusammenarbeiten Ich habe dir nicht mein Wort Plus Ich war auf dieses Plan bevor du kam Oh Ihr Wort Natürlich Aber We want the same thing Don't we Not in the same way Carina Hear me out First we need to First we need to create a diversion Cards Ach, was ist hier los Wo, 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 wo Da geht es wieder richtig rund Ist das legal? Ist das legal? Ah, jetzt werde ich wieder von hinten Das ist Das ist mies Was ist das denn hier für eine absolute Joppe? Okay Ich verstehe Kleine ist weg Groß ist weg Kleiner Was ist mit den ganzen Kleinen hier loswerden? Was ist mit den ganzen Verstöten? Oh Oh Ist daneben gefallen Was für eine Verschwendung Ah 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 Madame de Volador Ah Is very distinguished And I have been trained in the fencing arts by the finest masters in the hop That's Fencing arts? So, no much real experience then Proving you wrong will be the highlight of my evening You know I was trained by my kings musketier So, I've heard How are those three? They are four of them now Oh, der kann... Der kann da ausweichen. Krass. Er hat krasse Moves, ne? Aber ich hab krassere. Ich hab deutlich krassere, Bro. Adios. Monsieur. Schauen wir mal, ne? Was ist das denn hier? Äh, wer hat sich das ausgedacht? Voll schön, ne? Es wird auf jeden Fall hier über die Dächer gegangen sein. Davon ist auszugehen. Richtig schön. Hat so richtig irgendwie so ein bisschen Disney-Charme, das ganze Spiel. Oder was meint ihr? It's a little bit Disney. Zyda, komm down here. We need to talk. Adelita. I'm glad you made it out of here. It's a beautiful evening, isn't it? Don't change the subject, Zyda. You tricked me. I'm sorry. I didn't have time to explain. I'll be keeping the keys for Ransom. Ransom? That wasn't the plan. I knew you would disagree. But you have to trust me on this. Deal, Vertrauen? Ich glaube wohl eher nicht. Ich meine, hast du mich hintergangen, junge Dame. Unsgemein hintergangen. Jetzt bin ich in dem Heckenlabyrinth. Nope. Oh, hier gibt's aber was. Aha. Ohnmächtig, weil er sich hier drin verlaufen hat. Aber wo ist der Ausgang? Meine Dame. Oh je, dieses Gedicht für Zyda habe ich vor Ewigkeiten eingeritzt. Und nein, ich werde es nicht laut vorlesen. Oh, ein Formschnitt-Wettbewerb. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für diesen Sieger gestimmt hätte. Ich komme dem Ausgang nicht näher. Okay, wenn ich jetzt wirklich komplett falsch gebe, gibt es hier gar keinen Weg. Ganz schön dumm von ihr, ne? Ich meine, wenn die Leute hier das alles übernehmen, dann müssen sie keine Steuern mehr zahlen. Dann haben sie auch wieder mehr Geld und können wieder mehr essen. Scheint ja eine reiche Gegend zu sein. Zyda, even if you could bleed, the Count Duke's coffers dry with the Ransom. Once he get the keys back, it will all have been in vain. Money is not the only thing keeping him in power. What do you mean? How will he pay his soldiers? And the judges? His soldiers actually believe all he says. They'll follow him regardless. Ah, sie ist ganz schön dämlich. Aber wie gesagt, es hat so ein bisschen was Herkules-mäßiges, so von der Optik. Also der Animationsfilm damals von Disney, der auch schon irgendwie wieder 30 Jahre oder so alt ist. Es kommt mir alles vor, als wäre es fünf Jahre her. Das ist irgendwie so verrückt. Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl. Ich kann gar nicht glauben, dass ich überhaupt ein erwachsener Mann bin, der ein Kind hat. Das, das ist so surreal. Erwachsen. Und ein Kind, das irgendwie... Zyda, trust me. I give you my word. ... von mir quasi die Richtung wissen will. Alright, alright. So you really want these keys, do you? Then show me how much you want, Ben. Should we settle this with a jewel, Ben? Now this is a language I understand. Follow me. I won't run away this time. I... Ah, ich merke schon, was dein Wort wert ist. Nämlich gar nichts. Ja, es ist irgendwie sehr skurril. Zeit. Sie geht so schnell vorbei. Und ich bin ewig gefangen, irgendwie in der Teenager-Phase. Ich habe es irgendwie versäumt, erwachsen zu werden. Andere sind halt so richtig hardcore erwachsen. Wenn ich Leute in meinem Alter kennenlerne... Ah, ein Schatz hinter einem Wasserfall. Jetzt ergibt alles Sinn. Denke ich immer nur so, wow, wir haben überhaupt gar keine Schnittpunkte. Also, es ist, als würde ich mich mit Leuten aus einer anderen Welt unterhalten. Deswegen bin ich perfekt geeignet für YouTube. Ewig Teenager. Oh, du willst normal? Oh, du willst normal? Oh, du willst normal? Oh, du willst normal? What the... What the... What the... Alter! Muss das so sein? I'm quicker than last time. Oh, du pay attention. Ha! Made you change. Ha! 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 Hup! Ha! Ich muss sie besiegen? Ready for more? Ha! Ich hoffe, ich kriege Leben zurück, wenn ich... ...eins... ...runtergeprügelt habe. Ha! Oh mein Gott! Okay, das ist nicht so, dass ich verlieren muss. Ich muss sie wirklich besiegen. Ich glaube, das wird dreckig. Und sie heilt sich auch immer wieder hoch. Das muss alles perfekt sein. Okay, hat sie gerade einen Hänger? Ich mache ihr auf jeden Fall Schaden. Können wir so beibehalten. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Also der erste Versuch war ja wirklich, die hat mich gnadenlos gesammelt. Let's go! Nein! Alter! Alter! Kombos! Ach, was? Sie kann sich klonen? Oh mein Gott! Ist hier noch einer? Yes! Und sie schmeißt wieder Bomben. Oh, die Bossfights sind echt anspruchsvoll. Warte! Warte! Ja! Nein! Oh! Reflexe wie ein Meister. Warte! Oh no, feeling foolishly brave? A treasure map and a deserted island, I thought, Dios mio, Alejandro wants to be a pirate now, but it turns out, the Count Duke has been using an old seaside fortress to hide a horde of money, money from bribes and gold that he's been embezzling from the city's people. Adaria, let me come with you. This will be a classic Volador siblings' adventure, he said. I don't want to put him in harm's way. I told him I'd go alone this time. So, here I am, all on my own, about to discover whatever secrets this island may hold. I suppose I just keep an eye out for some old abandoned fortress. It can't be that hard to find, unless it's a teeny tiny fortress. Ein Paradebeispiel für das Anlegen eines Bootes, in der Tat. Und wenn das jemand gesehen hätte, würde sie noch wochenlang über meine anmutige Ankunft reden, zumindest habe ich es ans Ufer geschafft. Gar nicht von sich selbst eingenommen. So, wir sind schon im Finale, aber die gehen ja relativ lang, die Kapitel. Also wenn das ja nochmal so eine Stunde geht, dann war das schon ein rundes Paket. Ich bin seit zwei Stunden auf dieser Insel gestrandet. Ich vermisse bereits die Annehmlichkeiten von zu Hause, wie mein Bett, meinen Ramon und nicht auf einer Insel gestrandet zu sein. Zum Glück habe ich die Hütte eines anderen Gestrandeten gefunden, von der aus man einen schönen Blick auf die alte Festung hat. Ja, es ist wirklich schön. Auch so im Hintergrund ist es dann wie so ein Gemälde. Das ist eine coole Grafikidee. Sehr, sehr schnieke das Ganze hier. Hashtag ich mag's! Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, auf Steam, glaube ich, hat es auch sehr gute Bewertung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es auf Steam Käufer so richtig hat. Ich dachte wirklich, das wird so richtig untergehen, aber ein bisschen was ist da schon entstanden. Ich finde es halt immer gut, wenn solche Entwickler dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht mehr Spiele machen. Was ist das? Eine Liste mit Schmuggelware. Ich wusste es. Lebensmittel, Schießpulver, Seide, Ananas? Na klar. Er braucht ja auch die Annehmlichkeiten, die schönen. Ich meine, klar, natürlich ist das jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit irgendwelchen großen Titeln, auch nicht mit einem Atlas Fallen oder so. Ah, es ist Madame de Volador, ich sehe. To was do I owe the displeasure? Oh, es ist auch du wieder, Monsieur. Hast du deine Tätigkeit aus Ihrer Allowance? Ist das, warum du dich als Schmuggelwälder schläfst? Hoho, eine dumme Mädchen. Schmuggelwälder ist aber nur eines der Sekretärs, die meine Associaaten und ich auf diesem Island schützen. Ich habe diesmal nichts zum Stoßen, ha? Das wird Manu at Manu. Boah, er hat neue Dricks. Hat doch jemand trainiert, sehe ich doch sofort. Aber nicht genug trainiert. Ach Gott, du bist so lächerlich. Und ich dachte, er haut mir jetzt voll auf die Fresse. Aber nichts. Ich nehme an, er hatte während seiner Wache dieses Buch gelesen. Die Erinnerung des Monsieur de Agandam. Oder irgendwie auch so ähnlich. Ich habe schon viel von ihm gehört. Vielleicht kann ich mich eines Tages mit ihm duellieren. Na, es könnte nasty werden. Es geht nasty. Klar, das kann ich mit größeren Studios nicht messen. Das ist mir durchaus alles bewusst. Aber leider den Leuten nicht. Ich habe auch gestern erst so einen Artikel wieder gelesen. Da ging es um Baldur's Gate. Und... Und da ging es halt darum, dass das Spiel halt ein Jahrzehntmeisterwerk ist. Ja, eines der besten Spiele aller Zeiten. Das mag ja auch alles sein. Ja, ich bezweifle das auch gar nicht. Aber dann hieß es, daran muss jetzt die Messlatte der Spiele gesetzt werden. Und das ist halt auch wieder total utopisch. Das ist wieder total utopisch. So was wirst du nicht hinkriegen. Ja, auch die Besten machen irgendwann Sachen, die nicht die Besten sind. Zum Beispiel Christopher Nolan. Christopher Nolan hat als Regisseur immer einen guten Standard. Aber ich finde auch da gibt es Qualitätsunterschiede zwischen seinen Filmen. Wo ich mir sage, ja gut, das Tenet zum Beispiel fand ich jetzt nicht so stark. Und viele Leute sagen, Prestige ist nicht eines seiner besten Werke und so weiter und so fort. Ja, also es ist einfach so, dass du es nicht erwarten kannst, dass das jetzt der Standard wird. Ich finde, wir sollten einfach mal auch ein bisschen offener sein. Weil viele Dinge gehen halt zugrunde, weil die Mission nicht richtig umgesetzt werden kann. Weil die Leute auch sehr verschlossen sind gegen viele Dinge. Ist das denn wieder zurückgeschwungen? Ja. Geschwungen, geschwungen. Zurückgeschwungen. Na gut, ich spiele auch schon wieder zwei Stunden am Stück. Irgendwann macht das Gehirn schlapp. Da kommt was geschwungen. In irgendeinem Dialekt war das wahrscheinlich da. Nicht richtig, aber da. Oh, was war das für ein Schreck? Ja, ich habe einen Schreck gemacht. Der Hut von El Vigilante. Ich bezweifle, dass er es alleine hierher geschafft hat. Wie viele Ersatzhüte hat er denn? Also die, die Erwartung, dass es ab jetzt alles irgendwie zum Blockbuster wird. Ach nö, du schon wieder. Boah, dieses Instrument ist Killer. Why? 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 Ey, ich riege hier gerade hart auf die Fresse. Bombenoma ist schon mal down. Was ist jetzt schon wieder los? Der kommt ja schon wieder. Ach, der hatte noch ein Leben. Ach, der mit dem Eimer. Witzig. Da komme ich gerade nicht weg. Nee. Das war eben gerade sehr unglücklich. Also ja, es wird immer Qualitätsunterschiede zwischen Spielen geben und der Standard. Auch wieder Traumtänzerei. Einmal hätte ich auf die Braut hier werfen müssen. So, haben wir. Rüber mit uns. Verwärts. Ah, es sind wieder zwei. Huah. 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 Nicht schlecht. Ich will das doch nur lösen. Ich krieg's nicht hin. Oder doch? Huah. Alter. Die machen einen so fertig. Ich muss unbedingt die Kleinen loswerden. Die Kleinen sind das Problem. Oh, warte mal. Kann man die Bombe da reinwerfen? Yes. Geil, Mann. Der ist schon erledigt. Oh. Oh, den haben wir. Nice, nice, nice. Oh, joi, 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 joi. Oh, jetzt haben wir auch den. Oh, oh, oh. Oh, und wer trifft's? Nice. Oh, lass die Kleinen wieder wegholen. Er ist der Chef. Perfekt. Oh, no need to worry about that. My friend, El Vigilante, will come and free me. But I need to tell you something. I overheard my jailers talking about some kind of conspiracy. A conspiracy? The plot thickens again. What is the count you come to this time? I don't know. A missing hold was just the first step. We still don't know what they plan to use all that money for. Let me handle this. I will take the truth out of these wild thugs. Oh, and brother. Yes? Try and stay out of trouble. It's over now. Yes, well, but next time, next time I'll beat you. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Wir sehen uns. Ich find's geil, dass die alle irgendwie leben und dann sagen, hey, beim nächsten Mal, ne? Morgen bin ich wieder aus dem Krankenhaus entlassen und dann gibt's auf die Schnüss. War schon ganz witzig, dieses kleine Detail. Mies, alter. Mies, 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 mies. Boah. Oi, oi, oi. Aha. Na, falsch. Richtig. Du verdienst das. Nicht gut. Was ist dem hier? Nachmisst. Ich hab das eben nicht richtig erkannt wegen dem Nebel. Wegen dem Gewürzstaub. Da hat er mir den Stich gegeben, den finalen. Yo, ich bin eigentlich mal richtig drin. Ich bin eigentlich mal richtig drin. Well, zumindest bin ich tot. Ich bin der Spada. Geh meine Blade. Wie kannst du das sagen? Du bist nicht der Spada. Ey. Ey. Ich käse auf mein eigenes Leben. Cursos. Was? Perfekt. Ja zum nächsten Ach, jetzt ist der andere aber wieder Das ist so mies, das ist so mies, dass der andere wieder voll ist Übel Habe ich noch irgendwas zu werfen? Hey Erst mal Ding hier holen Ah Mist Wow Dieser enge Raum mit diesen drei Elite-Dudes Anscheinend doch Also das ist so ein bisschen was, was mich an dem Spiel stört Dass du So Schwierigkeiten hast Zwei Gegner gleichzeitig abzuwehren Da fehlt mir irgendwie ein Element Damit das ein bisschen besser geht Dass der eine halt dann auch wieder direkt Gefüllt ist Mit Energy Wenn man die Fähigkeit vom anderen Gerade Ausweicht So, geschafft Das ist schon ein bisschen ätzend Da hätte man irgendeine Lösung finden müssen Vielleicht kommt ja da irgendwas Aber was der eine macht einen Parierschlag Und der andere macht einen Dodd-Schlag Was, wie, wo, wie, was? Bruder Er sagt nicht, du bist der Böse Das ist so eine Scary Movie-Nummer Ich habe meinen Finger Und eine Kaka Dabei ist er ein Genie Bin ich hier richtig? Ich glaube fast ja Och nee Ja Ich glaube ja Ich bin hier 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 Was macht er denn hier? Er bleibt auf dem Tisch und ist jetzt wieder voll. Mist. Eins hab ich ihm abgezwackelt. Noch eins. Noch eins. Komm. Du wirst dir noch wehtun, Bruder. Ich hab dir gesagt, du wirst dir noch wehtun. Das war's final trial. Now you are ready to face the many dangers that lurk beyond these gates. Go forth, your glory awaits. Well then, I'm grateful to have had such a thoughtful and considerate mentor as you, El Vigilante. Really? You think so? Yes. I mean, who else but El Vigilante could I rely on to prepare a boat for our escape and bring me back to safety once my quest is over? Ah, sure. El Vigilante will get onto that right away. He just, he'll just lie here for a little bit first. Ah, ist einfach wirklich top Synchronsprecher. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Da haben sie nicht gespart. Da gibt's ein Bossfight. Das sieht so nach Boss Area aus. You wouldn't happen to be following me, would you? Zyda? No, I mean, it is nice to see you, but... Hang on. Are you here for the treasure? You know about it? Oh, everybody knows about it. Half the city's garrison is here on this fortress. And they aren't the best at keeping secrets. We can split the treasure this time, if you want to help me out. You know, this treasure is mostly taxes that the Count Duke extort from the poor, right? We could just steal the treasure, or... Aye, this again. We could shut down the whole conspiracy. No, no. I can tell when you improvise a plan. It's too dangerous. As long as the Count Duke keeps using these fortresses, he'll just keep stashing money into it. Or we could sneak in, sneak out. I see. No pass. No big fight with the Count Duke. And no... risking your neck, Adalia. I can handle myself. Come and see. Do you remember when we first met? One of us almost died. Almost. Und da geht's wieder los, huh? Wow, das... Alter! Und jetzt ist sie wieder voll. Das war mies. Nein! Nein! Alter! Geil. Kann ich das auch? Kann ich sie auch runterprügeln? Die macht mich einfach fertig. Wow. Also irgendwie geht's immer in Phase... Also beim ersten Versuch geht's immer ultra ab und prügelt auf dich ein. Als gäbe's kein Morgen mehr. Die dreht richtig ab, die Alter. Hallo, was ist das? Du bist ein Blatt. Kannst du wissen? Du weißt, du musst dich aufhören. Du musst dich aufhören. High-concentrated. Na, trifft sie mich. Kannst du ja nicht nach unten fallen. Ja, sehr gut. Oh, sie hat Bomben. Aber ich bin geheilt. Nice. Oh-oh. Tschüss. Jungs. Ihr müsst da runter. Und ich fall auch runter. Was? Yes. Sie überpieselt sich wieder. Mach bumm. Nice. Nice. Komm schon. Yes. Richtig schön abgezogen, die Alter. All right, all right. So you can hold your own. See? Thank you. Besides, I'm not good at sneaking. I mean, not as good as you are. Ha ha. That's true. You know, if you try harder with your sneaking, you might have discovered, where the treasure vault is. You found the vault? Isuna Passada, how much treasure is there? More than I could carry in one go. And it's heavily guarded. So I suppose I could use your help. Let's go. Also ein Megaschatz. And there she goes. Again. Natürlich, was denn auch sonst? Was für ein Chaos. Das ist die Art, wie sie ihre Verschwörung planen. Kein Wunder, dass sie am Ende immer scheitern. Sie planen, die Monarchie zu stürzen und sie durch eine andere Monarchie zu ersetzen. Wahrscheinlich eine revolutionäre Idee. Ja, wie immer eben, ne? Der Klassiker. Anscheinend, jeder will halt den Schatzgeld, macht halt gierig, meine Liebe. Alle wollen Knete. diese Notizen zufolge wollte Sider auch ihr, was auch hier, ein Lösegeld erpressen. Für nur einen gestohlenen, wertvollen Gegenstand würde der Count Duke mit dem Rest der Beute bezahlen müssen. Das ist fast zu einfach. Also, intelligent ist sie nicht, ne? Die Olle. So jemand wie den Duke, den muss man komplett eliminieren, sonst wird es immer wieder versuchen. Ich glaube, es ist kein Typ, der aufgibt. Weil seine Mutti schon so eine Weltherrschaft verrückt ist. Hier liegt das Tagebuch eines Einsiedlers. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. Ich aber schon. Deprimierend. Diese Insel ist absolut deprimierend. Oink. Wahrscheinlich hier rüber, oder? Ein Kanon. Das sind die Anzeichen einer Meuterei. Ah, aber ihnen fehlt ein wesentlicher, eine wesentliche Zutat. Ich. Karamba! Ach nee, schon wieder hier? Ach guck, das meine ich. Das kriegst du nicht hin. Du musst dir aus noch. Das ist so nervig. Was ist diese Gas-Konade? Das könnte ich ihm besiegen. Oh mein Gott, der macht mich fertig. Ja, er macht mich fertig. Wie oft kommt der Typ denn noch? Das wird niemals passieren. Und wir landen sogar hier unten. Wie oft will der Typ mir noch auf die Nerven gehen? Der verdammte Franzose. So. That's the way. Ich wünschte, ich hätte was zu werfen. Aber da in dem Raum war nichts, außer die Kisten war dann nothing. Okay. Oh, das ist so mies. Ich muss den einen irgendwie loswerden. Jetzt. Was? Alright. Nein. Ach, Mist. Ich habe einen genialen Plan, wie ich einen der Händler ausrauben kann, um den Count Duke mir Geld zu beschaffen. Ich werde euch alles darüber erzählen. Gezeichnet Fulano. Dieser Fulano. Ich habe ebenfalls einen genialen Plan. Ich werde unschätzbare Güter gegen Säcke mit schmutzigen Socken tauschen. Ich kann es kaum erwarten, das dem Count Duke zu erzählen. Gezeichnet Mengano. Und wir hatten noch einen Plan. Sehr geehrter Count Duke, es könnte einen kleinen Haken in unserem ansonsten tadellosen Plan gegeben haben. Es ist möglich, dass die nächste Sendung, die ihr erhaltet werdet, tatsächlich schmutzige Socken gefüllt ist. Die Untersuchung der Angelegenheit wird unsere höchste Priorität genießen. Ja, ja, ja. Die beiden Trottel hier. Einer dümmer als der andere, ne? So. Da bin ich ja mal gespannt, ob sie das wirklich macht. Ich habe nämlich so das Gefühl, sie macht das nicht. Wird mich nicht wundern, wenn die nochmal mit mir kämpfen will. Wäre ich kein bisschen überrascht bei der Oma. Hier liegt das Tagebuch eines Einsiedlers. Ich vermisse immer noch die anderen Handlanger, aber meine Treffsicherheit wird immer viel besser. Was ist er jetzt? Ne, ich will das hier nehmen. Das. Moin. Ausgerechnet auf ihn. Oh, noch ein Ständer verschwendet. Da. Oh. Oh. Nervig. Well, this is all. Now, what could I do with this? Guck, guck. Ups. Was da oben durch? Alright. Just so you know, the gate was bolted and I had to pick the lock. You can make it. Da ist nichts. Ich hätte schwirren können, da wären irgendwelche Dokumente, die man lesen kann, aber nothing. Ich glaube, sie ist weg. Ich habe nicht mehr die Leute aus der Frau. Wenn du hier hörst, was sie sehen, sie sind in der anderen. Sie sind nicht in der Erde. Die verstecken sich irgendwo. Ja, ist auch besser so, Jungs. Treffsicherheit. Ich kann nicht glauben, wie viel der Kondue hat gebrochen. Du könntest ein kleines Land mit all dieser Kondue kaufen. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Haben wir erstmal die Kleinen fertig, weil wir wissen alle, wie hart die Nerven können. So. Oh, das ist eine Kanone. Oh, das ist eine Kanone. Der Kleine ist dauernd, ich wollte eigentlich die Größen Okay, jetzt die andere besiegt, hier höre ich gar nichts mehr Ich kann nicht sagen, ob es sich um ein unbezahlbares Artefakt oder einen wirklich gut gelungenen Streich handelt Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier, dass das hier nicht hingehört Wieso ein goldenes Huhn? Es ist Gold, also Ach, die hängt jetzt da oben wirklich fest Aber sie kann mich fertig machen Ach, come on, jetzt hängt die da oben fest Das ist nicht so gut Aber ich krieg sie trotzdem Es gibt kein Entkommen, Mademoiselle Lalalalalala Ach man, der ist ja wieder da Gibt aber eigentlich nicht auf, der Kollege Warte, warte, warte Okay, das war Leider nicht so gut Okay, das war auch nicht so gut Ich will hier nichts zum Anzünden Warte, ich muss hier raus Ich muss erstmal hier raus Oh, das sind drei Elite-Hansies So, kommt mal mit, Jungs Der war nice Der Chef da hinten besiegt Au Ja, den hat's voll weggefetzt mit der Kanone Der hatte gar keine Chance Richtig gut Die redet noch ewig Ich hab's wieder nicht gesehen Ich dachte, die Ja Die labert und labert Wow Ach, da war auch noch ein Hebel Alright Jetzt muss der Duke dran glauben Nur noch, ne? Sein Schatz Stimmt Feuchte Stiefel sind Ein Graus, meine Liebe Oh Count Duke Ah, das useless Incompetent Buffons I'll burn Auf der Mustaches I'll Feed them To the ears You should Have Known Your Luckys Couldn't Defeat Me Yes It would Appear They Couldn't Defeat You But Your Clown Brother On The Other Hand And That Pirate Partner In Crime Of Yours What Did You Do To Them If You've Heard Them Eine weitere Villa in einer Geheimfestung auf einer einsamen Insel. Das geht jetzt wirklich zu weit. Ach, wer kennt es nicht? Die alten Villen, die geheimen. Es ist lächerlich, Pompe. Was? Moment, sind das zwei? Wo ist der andere? Hier. Ach, jetzt macht er so einen Move. Mist, ja. Der andere da unten stand nur rum. Ja gut, wir müssen den einen da unten irgendwie lahmlegen und dann... Oh, du kriegst auch noch einen. Nein. Ich seh nichts. Oh, das erste Leben ist weg. Mist, ab und zu. So. Ab und zu ist echt... ...bisschen tricky... ...zu sehen, kommt jetzt ein roter oder ein blauer Angriff. Keine Spur von Saida oder Alejandro. Nur das Gefühl, beobachtet zu werden, aber ich werde sie finden, koste es, was es wolle. Aber natürlich wirst du sie finden, meine Liebe. Wir werden hier ein Happy End erspielen. Hier ist mein König, Herr. Wir gehen zu Madrid. Wir gehen zu Madrid. Wir gehen zu Madrid. Wir gehen zur Queen. Und sie verbrechen mit ihr secretem König. Wie wissen Sie, dass die Queen eine secretem König ist, Herr? Es gibt immer eine secretem König, Herr. All right, ich bin ehrlich, ich weiß nicht. Aber diese Planung ist ziemlich gönig, ja? Oh, oh, ich habe eine noch mehr gönig. Wie geht es, wir kombinieren das mit dem Plan, wo wir ein paar Warrior-Nunz holen uns aus. Das sind die Warrior-Nunz, aus dem Konvent von Abes-Donna de Agrara. Und wir werden sie verbrechen, die Moon-Sigil von der Sagrada Espana. Aber natürlich. Und dann können wir die Sigil benutzen, um ein Schiff, das wir sagen können, zu der Moon. Und wenn wir auf der Moon kommen können, wir können den Prinz. Der Prinz? Ja, der Prinz der Moon. Der Moon hat einen Prinz. Ich glaube, dass jemand das macht. Oh, es ist... Ah, das ist es. Ja, sicher. Und wir werden die Prinz zu verbrechen, und wir werden sie verbrechen, und mit ihnen, wir können... Wir können... Was für Duts. Was hast du mit den Chancen zu der Stadt? Warum hast du dich gefragt? Gib mir doch mal auf. Boah. Ah, Mist. Ah. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ein Buch. Schneidig wie ein Degen. Witze und Konter für freche Fechter. Oder die Fecht-Elite. Die Bürgerlichen kennen ihren Platz nicht, also müssen wir dafür sorgen, dass sie dort bleiben. Wir sorgen dafür, dass sie zu hungrig sind, um sich zu wehren und zu arm, um zu fliehen. Und wenn jemand versucht, die Dinge zu ändern, schicken wir ihn einfach die Wachen los, um jede Rebellion im Keim zu ersticken. Es ist alles eine Frage der Kontrolle, wisst ihr? Ja, so funktioniert's. Die müssen hungrig, schwach und dumm sein, und dann hast du sie im Griff. Bleib hier. Wir sind Bait. Du bist im Herz des Haares. Natürlich. Was denn auch sonst? Da ist er. Wichtig. Ahahaha, Atalia de Volador! Ever demedling hero! The interloper, the thorn in my side! I'm so glad you could join us! I demand that you release my friends! Hohohohohohoho! So now you will have me release them, will you? And yet, earlier, you refused my offer, because it would have meant sacrificing your pride. Think on that, Doña Volador. What will happen to your pride once I have exposed your plans? Think on that, Count Duke. Think, you say? Think! That's the problem with doubtless fools like you. You never think. Always rushing into the middle, led by your feelings and never by your reason. People like you weakened our nation with soft-hearted sentimentalism. But the money you would throw away to the poor and the needy, we will turn it towards a greater purpose. To power a glorious and unstoppable war machine! To line your pockets, you mean. To rule the continent and beyond! We will put warships in every sea, send armies against every revolt, every mine, field and banking house will answer to us! We shall rule every kingdom in the land! And... Nothing to say, Volador. No witty repartee? What is there to say? Is that what you believe in? You don't even know how sad you sound. Nothing can stop my attention. Not even you. I'll make sure everyone is in control for your misdeeds. Bitteschön. I'm sorry, no need to get out of here. Oh, here's a menge los, du! Okay, der wehrt sich gut! Was haben wir noch Schönes? Das hier mal mitnehmen. Bam! I love fireworks! Oh man, oh man, oh man, au! Ach, der hat sich wieder vollgeheilt. So, haben wir schon mal die hier eliminiert. Noch einen weniger. Oh, da ist eine lauter. Give it to me, Baby. Yes! Oh, Alter, wie weit kann der denn nach vorne springen? Nein! Oh, come on, wie schnell ist, war die jetzt schon wieder an mir dran? Ach, der, der heilt sich komplett voll. Ich muss die Dicke da loswerden, die macht mich richtig, richtig nass. Alter, das Ding ist King, ne? Er hat mich fertig gemacht, aber das Ding ist King. Okay, das hat den Null geguckt. All right. Was ist die Kleinheit los, wenn die Ads? So, wieder einen, weggeholt. Tschüss! You're nothing more than a brute. Oink! Okay, es geht weiter. Oh, Mann. Ich brauche wieder so eine Laterne. So, alle hier bitte sammeln. Oh, jetzt kommt noch der hier ins Spiel, oder was? Okay, ich brauche nochmal so eine Laterne. Woaah! Ich bin hochkonzentriert. Das ist richtig schwer. Das sind einfach so viele auch. Auch die Oma ist hier. Habe ich noch irgendwas, was explodieren kann? Nein, 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 nein. Was ist, wenn ich eigentlich daran ziehe? Okay, die habe ich gekillt. Was? Hat gar nichts gegengebracht? Was? Ich bräuchte mal den Eimer auf ihn. Kriegt auch nichts. Ich stecke fest. Wow. Jetzt machen mich seine kleinen Dreckschirken kaputt. Wieder einer weniger. Jetzt sind es noch die Elite-Dudes. Yes. Yes. Nein. Die kleinen, ne? Die machen mich dann am Ende fertig. Müssen wir wieder so ein bisschen Schaden machen. Ich denke, diese Charikature waren eigentlich ein Veränderung auf die realen Dinge. Du kannst immer zurückzuhören. Ich werde nie zuerst kämpfen. All right. Das war so knapp. Der Kleine hat das abgewehrt. Yes. Dieser miese, hinterhältige, rattengesichtige Ass. Admit your defeat. No. Never. Not by your hands. Look around you. You have nowhere to run and your plan is exposed. You may fight like a lioness, but you are as blind as a bat. Can you not see the clarity of my vision? The logic to my schemes? My plan will give this kingdom and parallel to you. Didn't they teach you to never stand this close to a cannon? So, we're not getting pain, are we? What do we do now, Capitan? Whatever the Count Duke says. So much for a flawless conspiracy, Count Duke. Someone's sitting on my hand. Silence, buffoons. This is all your fault. Ha ha! I won't be the one ending up in a cage for once. Why, you foolhardy, flamboyant braggarts? You think you're better than me? Why do people love you? What have I ever done to deserve this? Why didn't you tell me you'd be on this island? I'd have come with you. I knew you'd be here. You always end up where the things get interesting. What do you mean? You know, intrigue, arch-nemesis, the fate of the nation. Are you implying I throw myself at danger? I'm not implying anything. By the way, I'm still not sure you can handle yourself. I literally just saved you from an evil conspiracy. You can never be too sure. Are you asking for a rematch? I don't know. What do you say? I say, on guard! Und das war's. Ende. Ja, großartiges Spiel. Klar, natürlich. Es war natürlich limitiert. Es gab nicht unzählige Gegnertypen und so weiter und so fort. Aber es war einfach cool. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja, und man weiß, da ist jetzt nicht so ein megagigantisch großes Studio dahinter. Und dementsprechend sehr, sehr geiles Spiel. Ich mag's. Hashtag ich mag's. Hashtag bis zum Schluss. Hashtag ich mag's bis zum Schluss. Das ist für alle, die wirklich bis zum gnadenlosen Ende mal wieder hier zugesehen haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat Spaß gemacht, das Spiel durchzuspielen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass es jetzt der Anstoß vielleicht für den zweiten Teil oder das Allgemeiner Studio neue, coole Spiele auf den Markt haut. Eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel fandet. Hattet ihr Spaß damit? Lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns natürlich wieder beim nächsten Let's Play. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und... Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.